Hallo Freunde, willkommen mal wieder zurück zum Mini-Kraft-Projekt der Knellen. Wisst ihr eigentlich, dieser Spruch, ja, dieses Hallo Freunde und willkommen zurück zum Mini-Kraft-Projekt. Ich habe die Dinger immer noch nicht geupdatet, egal, das geht nicht aus dem Kopf raus, ich sag's euch, das geht nicht aus dem Kopf raus, kein Stück, so, ähm, ich würde ganz gerne, wow, erstmal voll in, wow, wo bin ich jetzt? Ich wollte eigentlich genau da hin, weil ich würde das ganz gerne hier nochmal neu machen, weil irgendwie, es war ganz nett und so, ne, aber, also das da kann ich ja lassen, das ist ja okay, aber das hier, das ist viel zu fett, das ruckelt ein bisschen. Ich weiß nicht, woran das legt, ey, ich weiß nicht, schein, gleich, da. Ah, ja, das Dach, das Dach ist, ähm, Dächer sind immer so ein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, Dächer sind, ähm, nicht das, äh, not the yellow from the egg, so, ne? Ah, heute ist übrigens der 1. April, also, als ich, wenn ich den Part aufnehme, ist der 1. April, nein, ich mach keine April-Scherze oder so. Ne, 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 bin ich, brauche ich nicht, muss ich nicht haben, ähm, deswegen, ich bin am überlegen, das einfach direkt so zu machen. 1. April, wer macht denn von euch April-Scherze und was für April-Scherze hattet ihr so? Oder habt ihr schon mal gemacht oder habt vorzumachen oder kennt fiese April-Scherze? Also, ich muss sagen, ich hab so an sich nie April-Scherze gemacht, also, ich hatte, glaub ich, schon nie, ne. Also, mir fällt jetzt wirklich kein einziger April-Scherz ein, den ich jemals irgendwie gemacht habe. Ich hab nie irgendwie April-Scherze gemacht. Ich weiß nicht, der 1. April, also, hä, wieso geht das nicht? Ja, ich wollte schon sagen. Oh Gott, komm schon. Heute will irgendwie die Technik nicht so, hab ich so das Gefühl, machen. Aber da hab ich schon eine andere Methode oder Möglichkeit, mit Ruhe und Gemöglichkeit, ne, haha, die, ähm, ich mache, aber erst später. Auf jeden Fall, Ostern an sich, ja, Ostern, Ostern, pff, jo, ist jetzt, schöner Tag, schöner Tag, hat man frei. Das ist so das Einzige, was ich damit verbinde, ehrlich gesagt. Also, ich bin weder gläubig oder so noch. Also, ich bin weder gläubig noch was anderes in dieser Richtung, daher, ähm, bin ich jetzt nicht so einer, der da irgendwie groß was macht. Sprich, Kirche gehen oder so. Ne, so, eigentlich so gar nicht. Also, ich würde ganz gerne hier das so. Und, ähm, ja, naja. Daher ist für mich Ostern einfach ein Tag wie jeder andere auch. Nur, dass ich eventuell ein paar Süßigkeiten von meiner Oma kriege. Ja. Schön. Oh, ja, oh, Frühling, der Frühling. Der Frühling könnte langsam mal kommen. Was ich ganz gerne mal machen würde, ist im Frühling nach Japan. Weil, ähm, für die Leute, die sich wissen, ich bin übelster Manga-Fan. Anime-Manga, so. Vielleicht besser ausgedrückt. Und, ähm, das passt mir irgendwie nicht, dass das so asymmetrisch ist hier. Warte mal, ich muss noch ganz kurz was gucken. Wo ist das denn? Das ist genau dazwischen. Hier. Ja, hier würde es sogar ein bisschen besser aussehen. Muss ich ehrlich sagen. Ich mach mal ganz kurz Tag. Ja, und nach Japan würde ich sowieso ganz gerne mal. So berühmt. Bestimmte Orte. Ja, Tokio. Vielleicht eher wegen den Läden. Aber mich interessiert auch sehr die Kultur, muss ich sagen. Ähm, daher auch eher so Orte, die ein bisschen was von der Kultur bieten. Welche genau, weiß ich jetzt nicht. Wie die heißen da alle. Also Osaka oder so. Das sind jetzt einfach so die einzigen Bereiche, die mir jetzt so groß in den Kopf schwirren würden, wenn ich daran denken, also wenn ich jetzt an, äh, Tokio denken würde. Ach, Tokio, Japan. Oh ja, auf jeden Fall. Doch, das wäre schon episch. Eines Tages werde ich da sein. Und dann werde ich euch einen Vlog machen. Versprochen. Ach, das muss ja auch noch einen raus. Oh Gott, das wird ja nun Spaß hier. Ich sehe gerade, das Dach hier ist sowieso voll für den Ass. Weil da kommt eine Rundung rein. Oh Gott, Rundungen. Rundungen auf Doom, ey. Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also das wird jetzt ein bisschen problematisch. Erstens passt das nicht so ganz über einen Dach gerade. Ach nee, das ist okay. Nein, das war okay. Nein, das war nicht okay. Das hier muss weg. Das war okay. Das hier muss weg. Dann lassen wir das erst mal so. Weil. Passt auf. Also hier ist schon richtig. Dann kommt hier eine Rundung rein, dass das hier rüber geht. Hier so. Und dann geht es hier weiter. Ich glaube, ich deute das mal an. Rein theoretisch gesehen müsste ich doch einfach nur das von unten nachbauen, oder? Ist doch richtig, oder? Oder bin ich total drauf? Ist das richtig? Oder? Doch, klar. Eigentlich müsste es dann jetzt hier drei. Ja, doch, klar. Doch, 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 doch. Einfach von unten nachbauen und dann passt das drin. Problem ist, nur kriege ich das unten nachgebaut. Ich bezweifle es ein bisschen. Ich bin hier, glaube ich, genau dazwischen. Kann das sein? Ich bin jetzt genau hier. Nein. Hä? Hier? Nein, ich muss hier. Ja, ich will. Hier. Hier muss es hin. Okay. Da hin also. Also noch einen weiter raus. So, ja. Okay. Und jetzt hier. So, drei. Oh Mann, ey. Sowas mag ich ja gar nicht. Drei, ja, ist okay. Lücke. Hier muss der nächste hin. Hier. Wo ich stehe. Da hin. Ja, gut. Okay. Da steht schon mal sehr prickelnd an. So, hier. Ja, das passt. Und dann kommen hier jetzt die nächsten drei hin. Drei. Eins, zwei. Drei. Pascht, pascht. Gut aus. Gut aus. Schnieke, schnieke. Und hier. Also hier. Shikudash. Ja, 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 ja. Tomo-san, Tomo-san. Und mit dem Carpenter natürlich. Hier eine Bombe und so. Wartet. Kann ich dir zeigen. Kann ich dir zeigen. Das kann ich ja machen. Ich glaube, das sollte richtig sein. Ich hoffe es einfach mal. So, zack. Kann ich schön über Ecken gehen und so. Richtig gut. Ich liebe diesen Mod einfach. Ich liebe diesen Mod. Keine elenden. Ja gut, elende Dächer bauen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil die elenden Dächer immer noch elende Dächer bleiben. Und in diesem einen Satzwort laut, wie auch immer, waren ganz schön viele Elende drin. Haha. So, das selber hier oben natürlich auch. Eigentlich ist es hier ein bisschen schmaler, aber das deute ich einfach ein bisschen anders an später. Wenn wir das Dach dann komplett dicht machen. Ich hasse Dächer bauen, habe ich das schon gesagt. Dächer bauen ist das Schlimmste, wo es gibt. Das Schlimmste, wo es gibt. So. Ja. Hammer? Hammer? Ich weiß nicht, wie der heißt. Hammer? Ja. Diesen hier brauche ich. Weil mit diesem Hammer kann man in dem Mod die Fensterscheibe rauswerfen. Nein, man kann die Sachen hier drehen. Und es gibt eins. Ich muss nur ganz kurz gucken, ob ich es finde. Da war das. Ah. Ja, da muss man auch ein bisschen drauf achten, weil man kann es ja noch so drehen. Für die Leute, die diesen Mod halt nicht kennen. Der hier ist das. Genau. Und damit kriege ich die Schräge hin. Der einzigste Nachteil ist, man sieht diesen hier. Und man hat hier drin natürlich den Block. Ja. Aber ich denke, um die Schräge. Und dann kann man natürlich hier so machen. Zack. Ich bin immer überlegen, das so zu machen. Weil ich glaube, hier oben, es ist nicht so tragisch, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das ist nicht so tragisch. Ja, doch. Ich glaube, ich mache das mal so. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, wir haben die Schräge dadurch auf jeden Fall drin. Und wir... Ja, das könnte man natürlich auch machen. Wartet mal. Wo ist der jetzt? Da habe ich gerade einen Stein gesehen, der das da oben auf jeden Fall abdecken würde. Ach, war das der, den ich gesehen habe? Wenn das der gewesen ist, dann nicht. Ja, ich meine, das wäre der gewesen. Ja. Ne, ne. Dann bleiben wir lieber bei dem. Ja, ich war bei Ostern stehen geblieben. Aber ich glaube, groß habe ich zu Ostern nicht mehr viel zu sagen. Ich weiß nur, dass es jetzt ist. Also daher, frohe Ostern. Im Vorfeld oder am Nachfeld. Ich weiß nicht, wann ich den Part hochlade. Also wie gesagt, wir haben den 1. April. Und äh... Ne? Weißt du Bescheid? Ne? Ich weiß auch nicht. So. 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 Dann habe ich die Schräge, Leute. Haha. Easy. Wie habe ich das gemacht? Hier, ne? Nein. Wie habe ich das gemacht? Hier. Hä? Das ist immer einer. Ja. Hier. Wartet mal. Wie habe ich das gemacht? Das muss andersrum gedreht sein, ne? Ey. Das ist ja perfekt. Ja. So. Seht ihr einen an? Seht mal einen an. Guckt ihr an. Guckst du. Guckst du. Perfekte Schräge. Perfekte Schräge. Oh. Ich liebe diesen Mod. Ah. Der ist so gut. Und du? Was ist mit dir denn kaputt? Block? 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 Hm. Oder? Ne. Das hier, ne? Ja. Ja. Das hier. Und dann hier weiterführen. Und so. Ja. Ich liebe diesen Mod einfach. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Diese Schräge. Ja. Hier muss ich noch geändert werden. So. Oh. Seht euch das an. Schön, oder? Schöne Rundung. Also Rundung. Auf jeden Fall sind die Ecken besser angedeutet. Bin ich hier durchsichtig? Ja. Oder? Oder? Schöne Rundung. Äh. Schöne zu sagen. Ich glaube nicht. So. Dann machen wir das hier auf jeden Fall auch in weiß. Mit diesen komischen Gerief. Ah. Das hier. Das hat sich geändert. Äh. Kann ich das denn ändern? Äh. Ne. So. Kann ich das denn zurück ändern? Was hatte ich das denn? Was war das denn? Ich kann es zurück ändern? Ach. In dem. Okay. Nein. Jetzt hat sich das hier oben geändert. Nein. Hat sich nicht. Ich muss das hier oben nur anpassen. Da. Tada. Oh. Dieser Mod, ey. Hier gibt es wahrscheinlich auch das passende dafür. Sicher gibt es das. Hier auch. Oh. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ey. Oh. Ey. Wuscht. Hallo. Hey. Das ist so gut. Ein halber Orgasmus kriege ich hier gerade. Ganz allein von diesem Mod. Siehst du? Frauen. Pff. Wofür? Das ist ein bisschen nervig, dass das flackert. Aber naja. Na ja. Da kann man ein Auge zudrücken. Ey. Guckt euch die Dinger an. Guckt euch das an. Ja. Den will er nicht machen. Warum willst du den nicht machen? Was hast du gegen diesen Block? Erzähl mir. Was hast du gegen den? Was hast du? Los. Hä? Los jetzt. Wieso will er den dann nicht machen? Diesen da. Treffe ich nicht. Nicht doof. Der macht alle außer denen. Warum? Hä? Ne. Und den macht er auch nicht. Aber. Warum? Warum? Also wenn, dann würde ich das hier dann auch ausmachen. Einfach so als kleine Muster. Als so ein kleines Muster. Ist vielleicht okay. Aber muss man sich ein bisschen. Bisschen schön denken. Bisschen schön denken. So. Ey. Was ist da passiert? War schon mit dir kaputt. Ach. Du warst ja gar nicht der richtige. Du warst gar nicht der richtige Block. Ah. Was bist du nicht für ein Schlawiner hier? Wo ist der Block hin? Bist du der Richtige? Du bist der Richtige. Du bist hier der Auserwählte. So. Kannst du machen. Kannst du ruhig verbreitern. Passt ganz gut hier hin. Dass du mir das traust. Dass du mir einfach so. Ne. Dass du sagst. Oh. Guck mal hier. Ich mach dir das. Ich mach dir das. Das finde ich so lieb von dir. Das ist so lieb. Eigentlich müsste ich sogar hier die dünnen ran machen. Hier diese hier. Eigentlich. So. Geht das nicht mehr? Ey. Das ging aber. Das ging aber. Das haben die rausgenommen? Ernsthaft? Oh. Oh. Kann man die überhaupt nicht mehr hinstellen? Oh. Die kann man gar nicht mehr hinstellen. Oh. Das ist schade. Weil das ging. Das weiß ich. Dass das ging. Das habe ich nämlich ziemlich oft gemacht. Ich müsste mal kurz nach unten gucken. Wow. Und nicht alles zerbäschen. Nein. Wow. Nach unten gucken. Okay. Ich muss nämlich wissen, wie es hier unten aussieht. Ne. Also das. Das ist auf jeden Fall. Oh. Das muss. Oh. Cool. Oh. Ja. Kann ich machen. Finde ich gut. Hier auch. Wie machen wir das hier? Aber einfach so. Das Problem ist nur. Eigentlich müsste das hier verbunden werden. Hiermit. Geht das? Noch? Ja. Oh. Warum nicht? Wenn ich das hier zukriege. Ja. Sieht stark danach aus. Es ist okay. Ja. Das ist okay. Das ist okay. Müsste nur höher. Um. Das Doppelte. Also ungefähr. Also für mich sieht das aus, als ob das ungefähr die Höhe ist. Wow. Auch nicht schlecht. Hm. Aber eigentlich eher hier. Zack. 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 Nee. Wartet mal. Der ist zu viel. Äh. Doch. Oh. So. So. Nein. Du nicht. Ich bin gerade mal ein bisschen still. Weil. Ich will mich jetzt nicht verbauen. So. Oh. Doch. Das ist das. Gefällt mir. Ein bisschen. Sieht zwar ein bisschen hoch aus. Ist es wahrscheinlich auch. Aber. Hier kann ich es natürlich nicht dran bauen. Weil ich da so viel rumgepümmelt habe. Aber ich kann das Ding hier. Schon ziemlich fresh machen. Muss ich sagen. Das einzigste was mir gefällt. Das müsste natürlich eine andere Farbe. Eigentlich. Aber ich glaube da. Das sehe ich jetzt mal nicht so eng. Hm. Der müsste noch ein höher. Und hier oben müsste eigentlich. Ja. So einen Ring will ich jetzt hier nicht dran machen. Sieht irgendwie merkwürdig aus. Wenn ich das hier einfach so in die Luft schweben lasse. Oder? Doch. Das geht eigentlich. Oh. Das sieht richtig gut aus. Boah. Scheute los mit mir. Das mache ich aber nicht jetzt in dem Ganzen. Das mache ich nämlich erst im nächsten Part. Aber das sieht ziemlich cool aus. Muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Eigentlich müsste ich es jetzt machen. Weil ich vergesse es bestimmt. Bis zur nächsten Aufnahme wieder. Wie ich das gemacht habe. Warte mal. Was ich noch kurz gucken will ist. Kann ich den hier noch verbreitern? Kann ich. Oh. Oh. Ich weiß schon. Oh. 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 Ich weiß schon warum ich dieses Mod Package genommen habe. Das ist doch einfach so unglaublich gut. Ich kann mich nicht oft genug wiederholen. Das ist einfach so unglaublich. Vielleicht mache ich das doch offscreen zu Ende. Hier die Dinger. Guckt euch das an. Okay. Das sieht jetzt natürlich für eine Minecraft Figur echt groß aus. Ja. Aber im Großen. Es sieht halt so aus. Hier. Ich weiß nicht. Ihr könnt das ja sehen. Hier. Ihr seht ja. Diese Dinger. Die gehen eigentlich bis zur Hälfte des Fensters. Also ungefähr bis hier gehen die normalerweise. Also sprich das ist ein bisschen höher. Okay. Aber da kann ich natürlich nicht groß was ändern. Aber das sieht an sich richtig gut aus. Außer was ich vielleicht noch ein bisschen kleiner machen würde. Um die Hälfte wäre das hier noch cool. Dass man ein bisschen mehr sieht. Aber ansonsten sieht das schon richtig gut aus. Seht euch das an. Ja gut. Wir haben heute in diesem Part nicht so viel gemacht. Aber wir haben. Sowas Pornöses da gemacht. Das gefällt mir gerade richtig gut. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich für's Zuschauen Leute. Und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.